Fun City, eine virtuelle Stadt, eine Spaß-Community, eine seit über 25 Jahren gewachsene Gemeinschaft von Chattern und mittendrin eine Kirche. Obwohl virtuell stehen doch viele echte Menschen für diese Kirche. Einer aus dem Team ist der Pfaffe, Pastor Karl Martin Foguett. Das bin ich. Ich lade dich ein zum Gottesdienst am Dienstagabend ab 20 Uhr. Herzlich Willkommen. Mensch, besinn dich auf die Fähigkeit zu glauben, denn der Glaube ist das Gute, das dich ausmacht.